Herr Oestemir, ich freue mich, dass Sie heute da sind bei den jungen Unternehmern und danke, dass Sie hergekommen sind. Wir möchten über unser Kernthema sprechen, die Generationengerechtigkeit, denn die Staatsverschuldung ist ja so hoch und die Jungen müssen die Zeche dafür zahlen später. Was kann man tun Ihrer Meinung nach? Wie können wir mehr Generationengerechtigkeit erreichen und die Zukunftschancen der jungen Generation verbessern? Also wir brauchen ausgeglichene Haushalte, gar keine Frage, wobei man ein bisschen aufpassen muss, dass man es sich da nicht zu einfach macht. Das nützt uns, wenn wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, weil die Schulen schimmeln, die Bahnhöfe nicht mehr repariert werden und insgesamt staatliche Güter verfallen. Das heißt, es geht auf der einen Seite darum, dass wir die Einnahmeseite des Staates verbessern müssen. Der Spitzensteuersatz ist heute so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch Investitionen in Zukunftsprojekte. Das ist die Bildung, das ist das wichtigste Gut überhaupt in der Republik. Das ist aber auch Nachhaltigkeit, weil dort die Absatzmärkte für Deutschland und für Europa in der Zukunft liegen. Wir junge Unternehmer kämpfen gegen die Rentengarantie, denn unserer Meinung nach wird die junge Generation da einseitig stark belastet. Wie ist Ihre Meinung zur Rentengarantie? Ich glaube, der Staat sollte nicht nach Kassenlage immer an der Rente rumdoktern. Das löst einerseits einen Mangel an Vertrauen aus, zum anderen kann man das, glaube ich, nicht zulasten der künftigen Generation ausbaden. Der richtige Weg ist nicht über die Rentengarantie, wie es die Große Koalition und die jetzige Regierung macht so einen richtigen Weg meines Erachtens ist, indem man dafür sorgt, dass die Löhne so sind, dass man von diesen Löhnen menschenwürdig leben kann, beispielsweise auch durch einen Mindestlohn. Die Rente mit 67 ist hingegen ein Schritt zu Mehrgenerationengerechtigkeit. Was sagen Sie denn Politiker, Kollegen, die die Rente mit 67 wieder abschaffen möchten? Ich glaube nicht, dass man sie abschaffen kann. Man wird wahrscheinlich sogar irgendwann mal darüber reden müssen, wenn die Lebenserwartung steigt. Insgesamt, wenn die Menschen eine längere Spanne haben, wo sie im Ruhestand sind, die sie sich auch verdient haben, wird man vielleicht sogar über noch höhere Eingangsalter sprechen müssen. Was man aber zugleich auch tun muss, und das ist, glaube ich, das, woran die Diskussion krank ist, dafür zu sorgen, dass es auch Jobs gibt für Menschen in dem Alter. Gehört denn das Prinzip der Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz? Wenn es nach meiner Partei, Bündnis 90 Grüne, geht, ja. Wir finden, dass es Zeit ist, dass das Prinzip der Generationengerechtigkeit Eingang findet in die Verfassung, nicht, weil ich glaube, dass dann auf einmal alles viel besser wird. Mit so einem Verfassungsprinzipien ist es ja so eine Sache, mit deren Umsetzung. Aber ich finde schon, dass unser Grundgesetz es verträgt, dass klar ist, dass wir ein Interesse daran haben in der Politik, dass es generationengerecht zugeht. Genau, Generationengerechtigkeit ist keine Einbahnstraße, aber die Rentengarantie schädigt den Generationenvertrag. Glauben Sie, dass die älteren Menschen auch bereit sind, auf Besitzstände zu verzichten in Zukunft zugunsten der jungen Generation? Ich glaube, das hängt vom Gesamtbild ab. Wenn man es Ihnen vernünftig erklärt, sind die Menschen zu Erstaunlichem bereit und sind gar nicht so egoistisch, wie es immer gesagt wird. Unser Problem ist immer, dass in den Vierjahreszyklen der Demokratie die Politik sehr kurzfristig agiert und das große Ganze aus dem Auge verliert. Das gilt für den demografischen Wandel der Gesellschaft, der ja nicht über Nacht gekommen ist und auch nicht ohne Ansage gekommen ist. Es gilt aber auch aktuell für die Frage der Rentengarantie. Es gilt für die Frage der Nachhaltigkeit gegenüber Haushalt, gegenüber Ökologie. Für all die Fragen, die über eine Legislaturperiode hinausreichen, wäre es eigentlich schön, wenn die Parteien sich bemühen würden, überfraktionell Opposition wie Regierung einen Grundkonsens zu formulieren. Wir jungen Unternehmer danken Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch, Herr Östing. Sehr gerne. Vielen Dank.